Ein Hammer sollte man auch haben. Der findet hier Platz. 300 Gramm Schlosserhammer. Gebrüder Mannesmann. Okay Qualität für das Geld. Ist jetzt ja auch hier ein Holzstiel. Ist hier nochmal vergossen. Kostet irgendwie auch um die 5 Euro. Wir geben euch auch gleich nochmal ein paar Ideen von uns, wie man da auch vielleicht ein bisschen mehr investieren kann, wenn du noch ein Budget hast, um da ein bisschen wertiger zu sein. Wenn du das Ding in kompletter Länge sehen willst, dann guckst du bei uns auf dem Baufunk 2020 Hauptkanal vorbei.